Hallo Leute, mein Name ist Masterworks Lipton, Global DJs live im Katapult. Neben mir DJ Taylor 2006, der Mega-Hit San Francisco. Dann wurde vielen Freakin' Out, Hardcore-Vibes. Was macht für dich das Katapult aus? Das Besondere am Katapult meiner Meinung nach ist, dass es im Gegensatz zu dem, was man normalerweise mit Skigebieten verbindet, so Apres-Ski, Schirmbars, Halligalli, Ballermann-Sound, ein echter Haus-Club ist und deswegen bin ich immer wieder gern mal da. Die Tanzfläche ist schon voll und in einer Stunde geht's los. Wir geben Gas. Also Leute, in Kürze für euch, Global DJs live on stage im Katapult. bis nach Tyrone